Joel, Joel, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ja, ich seh ihn. Ich seh ihn. Oh, shit! Hier! Ich seh ihn. Okay, Kassar! Ja, ich seh ihn! Alli, go! Keep it! Ich seh ihn! Brennarschel! Ich hoffe, dass die Eindringlinge sich zeigen. Sie müssen die anderen nicht verauftauchen. Das ist wohl dein Guten Tag! Was? Nein, wie der Sch***! Joe! Reicht da! Oh, warum... Warum? Hier, Munition! Ach, wer... ... ist der da drüben? Der 6! Ausfahren! ... ist der da! Ah! Ah! Gib mir Deckung! Ich gehe ran! Ich fang raus! Es wird blühen! Es wird! Ich fang raus! 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 Ich fang aus! Hier ist er nichts! Oh man! Ist er da? Er liegt hier drüben. Gib mir Deckung, ich gehe an. Ich passe auf. Oh Mann, ertragen und überleben. Was? Ach ja, und diese Comic-Geschichte. Ja, komm hier, Ellie. Okay. Na bitte. Wir sind fast da. Gehen wir durch die Gasse. Der verdammte Truck. Schon gut. Bleibt nur in Deckung. Alles okay? Aha. Ja. 24. Hab eine verputzt. Woher hast du 24.000 Bacon? Für die Kirche in das Hotel. Und damals. Lügen und ich sind drauf zu stoßen und haben alles geteilt. Das Deut ist okay. Und machst du mehr? Warum? Unwohlig Silbert. Ja, klar willst du. Nein, ich hab deinen Arsch vor dem Flicker gerettet. Ich denk drüber nach. Ich hätte dich zerrecken lassen sollen. Oh Mann. Ich mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Heiliger Scheiß. Verdammt, womit schießen die da auf uns? Das ist eine Art Geschützturm. Bleib unten. Ich bin sechs und vier ran. Ja, ich verkaug. Ja, ich verkaug. Ja, ich verkaug. Deckel. Sok darum geht's durch. Oh Mann. Geht's dir gut? Ja. Geht's dir gut? 25, Mann. Was macht's denn? Ich schwimmst. Du hast 25.000 Blanken? Ja, 24. Hab eine kaputt. Woher hast du 24.000 Blanken? Ich hab's in der Fall von damals. Neben uns sind es gerade gestohlen. Wir haben alles geteilt. Ich hab's in der Fall. Wie machst du mehr? Ja, und warum? Machst du wohl nicht wehbar? Ja, klar willst du. Nein, ich hab deinen Arsch vor dem Flicker gerettelt. Ich denk drüber nach. Dann hätte ich mich da recken lassen sollen. Oh, Mann. Ich mach dir welchen, wenn du damit aufhörst. Das Wasser schmeckt wirklich gut. Welken, Mann? Das Wasser schmeckt. 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 Das Wasser schär pue ambulance. Der Rohr dreции Guys nichts. okay, ich mache dir den Regenhelm. Oh, verdammt! Oh, scheiße! Du musst aufpassen! Verdammt, Wuppler! Deine Art Geschützturm! Bleib unten! Scheiße! Du musst aufpassen! Oh! Nichts macht doch nur eine Delle in das Scheißteil. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Was ist das? 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 Ich glaube, sie sind weg. Oh Mist. Was ist das? Joel, hör auf! Da! Da unten soll es ja total übel sein. Wir müssen aufpassen. Direkt nebenan stehen sie immer wache. Und du hast nur deine Tochter? Wir sind nicht verwandt. Wir sind der... Ähm... Ich habe versprochen, ich habe versprochen, mich um sie zu kümmern. Ja, das ist der Ehrenhaft. Halt, 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 Halt! Dann seid ihr in dieser verdammten... Dann seid ihr in dieser verdammten... Sam, was machst du da? Gar nichts. Los, weg damit. Mein Rucksack ist praktisch ganz leer. Was ist die Regel für dieses Zeug? Hä, wie fast nichts? Die Regel. Sag sie mir. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Genau. Jetzt komm. Wie weit ist es noch? Nicht weit. Nicht mal weit. Hat er. Shit. Ellie, gib uns Deckung. Hast du gefunden? Na klar. Nichts. Sam, bleib bei ihr. Okay. Wo sind die anderen? Sie wollten nochmal alles absuchen. Sicher gehen, dass da nichts ist. Okay. Da drüben umsehen. Ich schaue hier. Nein! Ich gehe hier ran. Ja, ich passe auf. Was gefunden? Nichts. Da oben war wohl jemand, aber sie sind weg. Wo sind die anderen? Da! Das war's. Nicht schlecht, Alter. Na los. Hier auf den Truck. Okay. Pass das. Merde. Da drüben langs. Was ist das? durch die tür ist es wirklich sicher so nah bei ihnen ich hatte den schlüsselmann woher hast du den aber ein umgelegt er braucht ihr nicht mehr kommt alle rein wie alt bist du wie alt bist du auch so du bist 14 beinahe ok wirklich wir sind da willkommen in meinem schloss bleibt nah bei mir ok hast du das schon mal gemacht wie beruhigend sei cool alter ich hoffe nur du kennst den weg ok wir schleichen uns an sie ran ich komme dir nach ok ich versuche warm zu bleiben wie sieht es da draußen aus wir haben infizierte erledigt Henry du musst aufpassen dabei Nein! Geht! Reach out! Get loose! Take the border! Ah, miss! Get me deck on! Henry! Du musst aufpassen! Okay! Los, ich gebe Deckung! Okay! Henry! Du musst aufpassen! Alles klar! Komm raus, du Mistkerl! Du musst aufpassen! 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 Henry, hilf mir mal damit! Ich bin bereit! Okay! Bereit! Oh nein! Mist! Los! Los! Halt! Halt! Hey! Sie sind hier drüben! Oh nein! Erledigt! Los, kommt schon! Okay, schau mal nach! Alles klar! Sam! Los geht's! Okay, los! Auf geht's! Komm! Noch einmal! Und los! Los, rein! Ich gebaule! Mach rein! Ach! Was denn sie ist? Alle! Wir waren in dritten Storch! Lord! Ach, wie kommen wir auf den Schäden? Hallo. Wir haben sie wohl gefunden. Dort links. Fört aus. Vielleicht kommen sie hier lang. Geht's dir gut? Ja. Schnapp sie. Du wirst du bezahlen, Arschloch. Geht's dir Deckung. Geht's dir Deckung. Hey, pass auf. Los, Deckung! Okay. Scheiße. Hey, blöder! Sehen wir uns um. Hast du das gesehen? Sehr gut, Kleine. Tja, danke, Joel. Ja. Das ist ein Kuss. Geht's dir nicht, Mann. Öffnen! Verdammt, Losch! Jetzt wissen noch! Die Rennen zerbrechen! Losch! 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 Schau! Scheiße! Verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns aufbringen! Fällt dir was besseres ein? Na, wir springen! Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen! Ich geb dir Deckung und dann rennst du! Mist! Wir sehen uns hier mal um. Vielleicht finden wir was. Das ist heftig. Alles klar? Ja, suchen wir jetzt diesen Funkturm. Hey, jetzt vielleicht können wir was in dem Boot anbringen. Ich bin schon dabei. Hoffen? Ja, tu ich. Hey, mach dich. Augen offen halten! Ich bin zu. Ja, das war doch immer noch nicht. mals Abschuldigung, meine Schmerz! Ich bin schon gestern, dich kundig. Ich bin ja. Ich bin einfach mal bereit. Ein Schmerz. Ja, ich bin bitte! Ich bin nichtucework. Ich bin das. Ich bin ja. Hier ist Endstation. Ich dachte vorhin, dass du ihn erschießt. Ja, hätte ich was. Sie sind nicht so. Ich glaube, es ist gut, dass Sie da sind. Da hast du recht. Hatten früher alle Boote? Klar, ich hatte eine große Yacht. Ehrlich? Nein. Sieh, Kasmus. Es geht voran. Hey, Ali! Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Hey, ich wette, das führt da ganz durch.